Leslie Assorted Fountain, denke ich auch hinreichend bekannt, sind ja noch aus der ersten Zeit von Leslie aus dem deutschen Markt. Vier Stück sind enthalten. NEM 56 Gramm auf vier Fontänen verteilt, hier noch mit dem etwas älteren Leslie Silvester Zauber Logo und wohl Produktion im Jahr 2010. Einmal ist enthalten die Silver Glittering Flowers Fontäne mit einer NEM von 14 Gramm. Hier ist ebenfalls auch nur die CE Nummer aufgedruckt, in Klammern hier noch mit der Farbe. Dann haben wir hier noch die Golden Paddy, auch die CE Nummer ist wohl die gleiche. Scheinbar reicht es bei der EU aus, dann nur die Farbänderung anzugeben. Hier haben wir auch 14 Gramm NEM. Bei z.B. Star Kids früher braucht ihr jede Farbe eine einzelne Zulassung. Dann haben wir noch die Peacock Fountain, als Red gekennzeichnet, auch 14 Gramm NEM und nochmals Silver Glittering Flowers. Viel Spaß bei der Zündung. Leslie Assorted Fountain, Golden Paddy. Gibt's heute? Gibt's heute? Gibt's heute? Gibt's heute? Gibt's? Gibt's heute so. Gibt's heute auch nochی her! Also, drei A peque-k justified. Zitwerft! Das war's für heute. Vielen Dank.